Unternehmenszertifizierungen oftmals getrieben durch rechtliche Vorgaben oder Vorgaben von Verbänden, Partnern, Kunden und Versicherungen. Zertifizierung für Mitarbeiter, eher praxisorientiert und oftmals dadurch erwünscht und gefordert, um Qualitätsstandards zu erhöhen, um technisch auf dem Laufenden zu bleiben. Gerade im Qualitätsmanagementbereich sind verschiedene ISO-Normen gefordert, zum Beispiel die ISO 9001, in der die ICONA Systems als Systemhaus zertifiziert ist oder auch Bereiche wie ganz konkret technische Anforderungen, die ISO 27001, um eben nachweisen zu können, dass die IT sicher und gut strukturiert organisiert ist. Gerade bei der ICONA Systems als Systemhaus, der eben die Technik vornehmlich betreut, gibt es ganz verschiedene Gründe. Die größten sind einmal, dass wir überhaupt Produkte einsetzen dürfen, die sogenannten Herstellerzertifizierungen. Und dann gibt es Zertifizierungen, oftmals hardwareunabhängig, die man den Mitarbeitern mitgeben möchte, einfach um die Fachlichkeit und die Qualität in dem Wissen der Mitarbeiter zu erhöhen. Es gibt drei Bereiche. Bei den Einsteigerzertifizierungen reden wir von ca. 500 Euro bis 1500 Euro. In dem Professional-Bereich ca. 2000 Euro bis 6000 Euro. Und im Expert-Bereich alles darüber hinaus, sprich 6000 Euro bis hin in den sechsstelligen Bereich. Es gibt drei Bereiche. weise Vergleich ��라 Thailand 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 Vielen Dank.